Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch nochmal sagen, wie ihr jetzt genau in meinen Clan joinen könnt. Und zwar wäre das schon die erste Möglichkeit, dass ihr als Pro-Player, also einfach als guter Spieler rein joinet. Und da müsst ihr einfach sehr gut in Fortnite sein. Vielleicht schon ein bisschen Scream-Erfahrung, muss es aber nicht sein. Und wenn ihr euch da bewerben möchtet, müsst ihr euch entweder in einem 101 gegen mich bewerben oder ein Video uploaden mit dem Hashtag Benensi. Und der Titel könnt ihr halt selber bestimmen, es muss einfach Hashtag Benensi drin sein. Dann gibt es noch die Möglichkeit, als Designer oder als Cutter zu joinen. Als Cutter müsst ihr halt einfach sehr gut schneiden können. Und falls ihr euch da bewerben möchtet, ladet einfach ein sehr gut geschnittenes Video hoch. Und ja, einfach mit dem Hashtag Benensi. Und ich muss beim Cutter in dem Titel erkennen können, dass er als Cutter joinen will. Also, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich einfach ein Video finde mit Hashtag Benensi. Und dort, das ist sehr gut geschnitten. Aber ich weiß nicht, dass er als Cutter joinen möchte. Also, ich muss im Titel ja kennen, will der als Cutter joinen. Und bei Designer ist es so, ihr müsst mir einfach auf Instagram, einfach at Lord Center Swiss YouTube, müsst ihr mir dort einfach eure Designs senden. Wenn die gut sind, kommt ihr vielleicht in den Clash. Und jetzt noch die letzte Möglichkeit. Und zwar könnt ihr noch als Creator joinen. Und zwar, als Creator müsst ihr einfach gute Videos produzieren, aktive Zuschauer haben. Und ihr müsst auch, also ich würde jetzt mal sagen, über 500 Abonnenten müsst ihr schon haben. Und auch wieder ein Video uploaden mit dem Hashtag Benensi. Dann schaue ich euren Kanal einfach an. Und ja, ich muss auch erkennen, ähm, ah, dieser will zum Beispiel als Crater joinen. Also, es muss im Titel ja erkennbar sein. Und jo, Leute, dann würde ich sagen, haut da rein. Und ciao.